Das ist das Programm, der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich begrüße Sie in den Namen von Jesus Christus. Was wir heute noch haben, was die Heilige Jesu spricht. Und wenn wir denken an die Heilige Jesu spricht, dann fangen wir dort in einem Vers, wo wir nennen. Und dann fangen wir in Galater Kapitel 4, Vers 22. Und wenn wir uns die Bibel mal aufmerken wollen, Galater 4, Vers 22, dann fangen wir mehrere Ehenschaften bei einem Wort Heilige Jesu spricht. Dort sagt es, es steht in Jesu in der Frucht, dass Leif, Fried, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gute Sänen, Glauben, Geländigkeit und Selbstbeherrschung. Je in Sänen ist, dort gesagt es nicht. Und ich habe gleich von den ersten zwei Haken, von der Rede, Leif und Fried. Und ich sehe hier ein von der Botschaft, ich glaube hier von der Fried-Botschaft, weil wir so lange in ein Freund leken, dort geht es ein. Die Fried wurde, die Weile hier ähre, aber wir können sagen, was Romans heißt, die Kampenbüte, aber die Fried von Gott ist von Bannerütt. Und das wurde an dem abläft, weil wir ein Trinity gesagt haben. Von dem, wo wir in der nächste Woche auf der Liste sehen, was er sagt, dort ist Fried. Wenn wir denken an Fried, was der Heilige Jesu hier sagt, Herr Paulus hier sagt, dass der Heilige Jesu spricht als Fried, dann haben wir noch ein Ding auf der Liste hier, wo wir als wahrergebilde Menschen, uns keine Sache sagen, dort, wir keine Fried haben mit Gott. Dort sagt, Leif, wir haben Leif, wenn wir Jesus auch genommen haben, der Heilige Jesu wird regieren und so heute, wir haben Fried, oder Fried, und wir haben Fried. Sie sagen, viele Menschen von dir schon gesagt, die haben Fried, oder Fried mit Gott, aber die haben nicht Fried in Gott. Und was ich nun versuche, zu sagen, ist, dass, wenn wir Jesus auch nehmen, dann sind wir so abgebracht, und wir glauben, nichts mehr, was wir in uns Leben herkommen, was uns kommt jetzt nicht heraufzubringen. Und Paulus wirkt auch von euch, wenn wir den sich in der Reihe betrachten. Das ist schwierig, dass wir in den Christen leben, wenn wir in den Christen leben, dann werden wir an, dann kommen wir noch ein Teil an, dann. Er sagt in der Römer, weil ich, dort schlechte würde ich nicht, da und werde ich da und werde ich da und werde ich nicht. So, ich finde gut, dass wir mehr zu leben, christlich leben, als bloß nicht bleiben, du würdest nicht mehr erreicht werden, du würdest nicht mehr erstrichelt sein. So viele waren die Menschen, die haben Fried mit Gott, so wie die Säulichkeit hier. Die haben Jesus auch genommen, und die haben Fried mit Gott, in ihrer Säulichkeit. Aber die haben nicht Fried in Gott, wenn die Säulichkeit in Gott sind. Und von der, wo die Botschaft an der Heiligen Jesu ist, fragt, Fried habe, weil ich mit du noch anstehre, in Gott sind. Und in der Säule sind. Klasse 3, Vers 15, sagt, Lut Christus sind Fried in den heutigen Jahren. Gott hat ihn total gewählt, sind Fried zu haben, aus Glieder und einen Kärper und sind dankbar. Und das ist Gott sind Wahlen. Gott sind Wahlen, dass ich in die Friede habe, und dass ich in die Friede habe. Die Friede steht dann, als Wahrheit für die Menschen, und wenn ich in den Anbetrieb reden rede, habe ich nicht mehr Fried mit Gott, verschlüge nach Fried in Gott. Aber als Wahrheit für die Menschen, wir haben Fried mit Gott, aber haben wir Fried in Gott. Zin, ich kann die tun, wo Gott will haben, wo ich in die Zelle zinne. Nachher hat Ferkund gesagt all, und ich zeige nachher, da möchte ich nicht, dass wir alle die Wetenbräuze wegtreiben, oder alle die Arbeit abgeben, die wir erst daiden, und was andere daiden, weil ein von uns daiden, und ein von uns daiden. Aber was er meint, ist, dass ich in die Wahrheit für die Menschen Frieden mit Gott, wo wir sind, und dass wir überzeugen sind, das ist, was Gott für uns hat. Sie, Jesus Christus, sind well und kreiswirt, um uns, oder du in mir, bitte, er sei Frieden loter. Ich weiß nicht, was wir uns Fried bringen, aber auch dem Frieden loter. Das sei in Johannes 14, Vers 27, Frieden loter können, meinen Frieden geben können, er gebe nicht so aus der Welt, er lott nicht, dass wir ein paar andere gehen, entfällt nicht. So, wenn wir die Wahrheit für die Menschen sind, wir haben Fried mit Gott, wir haben Fried in Gott, aus Wahrheit für die Menschen, dann können wir uns nirgendwo in dieser Welt beantworten, in Angst merken. Wenn sie weiß, wie wir sind, wo Gott uns brücken will. Wir weiß, wie wir sind, wo Gott uns haben will. Aber wenn wir aus Wahrheit für die Menschen durch sind, wo Gott uns nicht will haben, dann haben wir nicht unbedingt Fried in Gott, wir haben Fried mit Gott. Und was dann passiert ist, dann sagen wir bei Wahrheit für die Menschen, die Angst haben, über jeder kleine Ding, worab kommt. Und wenn wir an den Weltraum hier gedauern, dann sind wir noch sehr friedlich hier in der Südwelt. In den letzten Monaten der Wege sind über ein paar Düsend in Flakobot ein paar Düsend Menschen zu dödgekommen, in Ägypten, in Assyrien. Fried aufs Morgens passiert, was grotet hier, durch seine Größe in den Karsel. Es wird sich niemals an innerdardig Menschen död, und in Assyst nicht verwöhnt. Vielleicht wird er noch ein paar Düsendungen mit der Verbundsend werden, die sind ein paar Düsendungen verwöhnt. So, wenn wir in all den Denkern, in den Angriff haben wir das ganz gut, was wir heute nennen, Gussbombs. Und dort waren wir uns waren, die Menschen nicht friedlich in Gott, weil wir bis friedlich mit Gott waren. Aber wenn wir friedlich in Gott und wir sind, wie Gott uns will haben, und wir nicht dort, wie Gott will haben, dann waren wir alle Düsendungen, dass wir ein paar Düsendungen dass wir alle Düsendungen dass wir von einem Düsendungen haben, die Menschen waren kalt, und wenn wir die Menschen waren, die 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 waren, die die Matthäus 24, dass die Menschen, die Leib, was kalt war und fehlte, und was er durmholt, was er zu sein, dass viele Menschen, waren kalt, dass man mit der Geist und in Gott sein will ist. Das ist ein Beispiel. Wenn ich das nicht mache, 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 wie ich das nicht mache, ich sage, was das für ein Mensch ist. Wenn jemand an die Hand hat, wenn ich das nicht mache, wenn ich das nicht mache, dann gehe ich das nicht. Ich habe mich heute. Wir sind angst geworden, dass Gott das nicht mache, dass man das nicht mache, dass man das nicht mache, dann wir sind nicht der Geist mit dem Mensch. Was ich mit dem Pustel verholen? Was ich mit dem Masern verholen? Was ich mit dem Geist und ich habe mich geholfen? So was Jesus zu sagen, in der letzten Zeit, dass ich das nicht mache, dass Gott das nicht mache, wenn ich das nicht mache, Und wenn alles stört, was sie so zu tun haben, wenn sie Angst haben, dann werde ich die Leute bewiesen, was sie sollen. Und das, was wir sehen, von den ersten Tagen. Und ich muss mich selbst fragen, was stört ihr mit mir? Du siehst irgendwie Menschen bei uns in Hagen, Scheraba. Die vertellen meine Geschichte, Spanier oder Ditscher. Und das so, das weiß ich nicht. Aber am Anfang, am ersten Mal, haben wir alle Geld. Ich bin nur in Hagen, aber in Ditscher, Jung, und ich lebe ihn dort. Und ich werde, und ich werde alle anderen alles lesen, was er mir vertelt hat. Und dann wird er noch von sich in Vorher geschickt. Doch dann. Wo wir immer auf der Tau stehen, und wir denken, dass die Tätigkeit von euch nach euch war, und dass wir nicht kalt waren, in Gottes Leibwiese. So, Gottes Leibwiese, müssen wir auch Friede haben in Gott. Und Friede haben mit Gott. Sie, das Friede ist nicht, ohne Trübel in dieser Tätigkeit, in der Lebe. Weil wir einst einmal auch abgeführt haben, als viele Menschen, die Jesus auch nehmen, und Gott sind alle, und Friede haben in Gott, dann wird es nicht mehr erreicht, in meinem Leben. Das sind zwei Jahre immer dort. Das ist nicht so, ich habe alle die Erfahrung, und das ist nicht biblisch. Das ist nicht so, und das ist nicht biblisch. Friede haben mit Gott, Friede haben in Gott, und wir sind über Gott in zwei Brücken, und es wird kommen. Garantiert. Heilige Bibel, wo reichen du mal bitte in den kommenden, was wir abbúde Menschen, wo wir Friede haben in Gott, und wir haben die Gottes Leibwiese, und wir haben hier leid, und wir haben hier verletzt, oder in den Spichtaklungen, dass Gott Jesus alle das verdient für mich. Aber was wir machen, ist, dass ein altes Mensch in der Kontrolle ist, dass der Heilige Jäste seine Frau nicht schafft. So, das erste Gedäufe, was ich von dir habe, ist, und wir werden heute noch Matthäus gehen. Matthäus, Kapitel 14, fängt in den Aufschnitt, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, das, was ich da nicht erzähle. Und ich will ihn dir nicht überlegen, und ich will ihn nicht überlegen, sondern ich will ihn nicht überlegen. Matthäus, Kapitel 14, Vers 22, und von der Leise. Und das sagt uns das. als der Wind wir an jähnen oren. So wie klag drei zum Morgen, kam Jesus an, ab den Wutern und jähnen gönnen. Ob er aus der Jünger am Sagen ab den Wutern gönnen, wir an schreckliche Angst im Säden. Dort ist ein Gespanns, ein Schreien, ein Angst. Aber dann rät Jesus mit an und seht, Ängstchen nicht, das ist ja ich. Päuter seht am Herr, wenn du dort bist, dann sei dort, ich ab den Wutern nur die kommen soll. Jesus seht, komm. Päuter stehe ütem Boot, rüht und ging ab den Wutern und Jesus abtäht. Ob er aus der Wind sah, ward ihm Angst im Fungern ungegönnen. Dann schreckt er, Herr, rät mich. Jesus streckt schwind die Hunde ut und schreckt ihm zu holen und seht ihm, O Mensch, du hast einen kleinen Glauben. Worum twibbelst du? Und als er im Boot in den Stehen, ward der Wind stäht. Du, was im Boot werden, scheinen und beten am Morgen und sagen, Du bist wahrhaftig, Gott, Seen, Seen. Voran Himmel, wir kommen fertig. Wir danken dir für dein Wut. Und wir danken dir für diese Geschichte. Und für die, die wir beherberen, wir müssen diese Geschichte uns halten. Und wir danken dir für dein Wut. bringen. Möchtest du dein Wort sehen? Möchtest du unsere Horte sehen? In Jesus Christus in Namen. Amen. Das erste, was wir sehen in diesem Tag, ist, dass dann befall Jesus seine Jünger in das Boot zu stehen und auf die andere Seite fahren. Das erste, was wir sehen auf diesem Tag, ist, dass die Jünger werden in Jesus sein wählen. Die werden in das Boot, die werden auf der Wege nach der anderen Seite mehr, wenn es Jesus gesagt hat. Die werden krankt, wo Jesus diese Losehne. So, der erste Punkt, wo wir alle beobachten hier, ist, ein versäulter Sturm von Gott für die Jünger. Jesus sieht die Salle nach einer anderen Seite vor, Gott hat einen Sturm versäulter, wo die krankende Menschen mit einem Ende vor. Gott wisst das, Jesus wisst das, und Jesus sieht die Salle nach einer anderen Seite vor. Können Sie mich feststellen, was du schaust? Das wird nicht, dass Jesus dort nicht wisst, dass du einen Sturm hier. So, ich habe den ersten Punkt gesagt, was, ein versäulter Sturm von Gott für die Jünger. Ich habe den Fall überlegt, ein versäulter Sturm für jeder einer von denen, mich von Gott. Nun sind der Sturm zu kommen, ans Leben, wir sind die Fläche rutscht in einem Bütter, oder wir sind die auch ständig in einem Wasser, wo die Kampfläfen mit dem ersten Rutsch einer wo wir an den Ende gehen. Die Jünger wird in Jesus' in Welle, die wird in das Boot, das die krankende wird, die Säde, in die Sturm gehen. So, was wir verstehen, dass wir die Menschen dort in Gottes Welle sind, als nicht ohne Sturms. Jesus lädt die Jünger im Motwellen zu kommen, und sie in diesen Sturmen nähen. Und hat nicht die Idee, dort wenn du in Gottes Welle bist, dort wird nicht ohne Sturms kommen. Von der ersten Dach, da wird viel geprägt, weil all diese Trübels, was du hast, diese Sturms, was du da hier hast, merkt dein Leben, wo du reichst mit Gott, und dann wird das alle für dich sein. Wir wollen das Schluss, die Leute, dann können wir den Ende kommen. Du sagst, was ein Sturms, was du gleich mal dort zu tun hast, aber nicht immer. Wir haben so die negative Abfahrt, wenn jemand Liede macht, wenn jemand ein Sturm ist, dort ist, dann hat der eins, wo er reichst, der soll das mal sein Leben abfixen, der soll sein Leben mit Gott reich merken, dann wird das alle, da wird nicht mehr so viel Sturms kommen. Wenn die Menschen haben die erste Sturms in den Olden Testament, die Prophete, was Gott wählt, und was Gott hat sprach, die Apostel im Neuen Testament, die Menschen, was Gott trüben, dort wird der Teufel, eigentlich die Betrachtete, wo wir uns von beschrieben haben, wo viele Sturms da gehen. Aber wir werden Gott sehen, Du musst nicht sagen, dass Jesus wisst, und ich habe gesehen, dass Jesus wisst, wenn sie Jesus all wissen. So Jesus lädt die Jünger in den Sturm, der in den Mordwellen, und Jesus ging ab dem Buch ein Bett für dich. Dann sagt es wieder, und aus den Menschen weich werden, ging er für sich selbst allein, ab dem Buch, zum Bett, und aus dort unten wird er für sich allein. Aber dort baut wir nicht alle ein Engel vom Land auf, ein Wort von den Wahlen und den Händen hergeschmitten, weil es den Wind wird angehen. So Jesus wird, was der Jünger sagt, er sagt es, er sieht vor, er nimmt auch schon von dem Volk und ging zu Bett. Jesus wisst, dass du in Sturm haben, und er sieht, dass du in Sturm haben, und er sieht, er sieht nicht, wie er wird. Aber das ist, was er jetzt ist. Er sieht, dass du in Sturm haben, und er weiß, dass du in Sturm und in Mord von dort. So what I can do mit der Begriffe ist, dass viele Menschen nicht in Sturm sind. Und wenn I can do, dass viele Menschen in Gott seine Wahl sind, in Gott seine Friede sind, in Gott seine Friede sind, dann wird er durch Sturm sein. Aber hier kommen wir über, wo ich erst ein bisschen von rede, Jonah ist auch im Sturm nicht mehr. Ein großer Sturm. Und die Menschen, die nicht mehr zu tun haben, die dachte, die würde all euer Leben verlieren. Und was passiert? Das Mann hier, der kleine Lüte von Gott, der schleibt du an. Und wie weit die Geschichte die Lassat nehmen in der Traf auf Jonah, und ich meinte dem mehr nennen, werden mehr sterben. So Jonah kann man im Sturm nennen, wenn es wir auf ein Meer, wenn es wir büder Gott sind wählen. das Sturm kommen an als ein Traf Wies Sturm. Aber Jesus in die Jünger würde auch am Sturm werden, und da hat nicht den Traf Wies Sturm, wenn es der wieder in Gott sind wählen, da hat den Sturm nicht vollkommen mehr. So ich kann die Sturm kommen an Sturm zu leben. Eine ist, wenn wir sind wieder Gott sind weil das Jünger ist, dann weiß wir worum das Sturm ist. Und wir wissen wir haben 100% die garantie dass wir wissen worum die Sturm du hast. Ich kann die Sturm kommen was positive ist und wenn Gott leit uns du nennen komme und dem Dien Dien Lernen was anders never would leiden kann wenn ich durch den Sturm gehe. Das ist nicht Dien Mö los merken das nicht du Dien Dreck ist dem vollkommen merken. Wenn man spricht von vollkommen hat nicht ohne Fehler sein hat Gott der Vertriebe leiden. Und der Sturm ist der Dien ist oder vollkommen merken Ein kann du wirst verstehen dass dass den bringen wenn ich sie bitte Gott seine wähle dann hast das Sturm wo ich es nicht brauche es und Gott seine Kontrolle Die Sturm was in mein Leben an ich kann do in Gott sein und Gott let a Tod in Kommen sind auch Gott seine Kontrolle So Jesus hat Kontrolle über alles So I think what I can do God never were here sein do das oops heute hier ist oder hat am lehn so die bebel geläst wo Gott am eng Gott said oops und ich dachte das wird abkomm so ich kann es alles monat und du er bedenken und ich habe das von ein ein bin oder ein oder der hat und dann go den dann und ein band an ups der war da sie Gott je remember so Gott hat all Sturm eier du den end gehst Gott hat ein von den Sturm und eier du den end gehst aus der Unterwesung Sturm ist oder den vollkommen Sturm der man vollkommen merke der nächste dinge wir sagen diesen Tag ist Jesus bet für uns und bewort an zum storm aber wir sagen es in 2. 3. 4. 3. wie die 3. morgens kam Jesus an ab den Buta in Jehen gingen Jesus hink ab an Borg und weht für wem für die Jünger und Buta dann aus der Sturm am Osten wie wo wir fingen nur den Tag und die jünger dachte wir fangen holler ein dann weist Jesus ab wo wir fingen in Markus Kapitel 48 den report von leser red von den jünger schicht aus dit hier sagt uns he sagt dass die jünger sich beim raudeln schwelden das port von Markus Kapitel 48 das tags red von jünger schicht was wir hier von leser so Jesus sagt was am jünger und he bet für die und he bet für die Beworung als die jünger dort ab in water werden und nicht angst schafft und ich stelle mir einst mal für wenn ich die Geschichte les da hat vielleicht gedacht wenn Jesus am neidigsten brückt wo die kerne er an dem am neidigsten fehlt da ist nicht rum als wir am land werden wo wir nicht neidig brückt wo uns selbst können weiter dann wie die be ans und leere ans nicht so wir haben wo wir we chern we rüut hat und ans feld dem neidig müsst den nicht do was hat gebet für seine behoren dann sei vers 23 ans he weiss ab er like sich seine Jesus hat die und me ab sin gebet zu lassen und das wo ich kann do dass jeder stürmer ich komme so gebet zu les wir können nicht fallen auf der welt niemand für all die wo wir die gleich für die beeren wer kann du verstehen dass Gott ist allwissend und der Herr Jesus ist allwissend und für dem ist alles möglich das ist nicht und es leere kann nicht leere sein die 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 people sagt uns dort so er hat die und mir gebet zu leß und er bet lebst sagt er verstehe in der egen du sind beschützt und Gott sind gebet und wo der storm ist so du kannst die 100% sagen dass Jesus steht an für den himmel und so sagt du du bet dein und da nur was wir sagen es Gott hat seine Juge und wenn Gott dann hat Jesus und wenn Jesus dann ist auch verbogen ab die und mir in jeder storm so Jesus bet für uns die bewohren und storm die keller uns verloht und nächst hoff wir sein in diesem Tag sassen die 24 24 25 es sah hat dort heute es met die in me in den storm war man sagen was sei die 24 in 24 war 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 von die wahl hann her geschmitten weil die wind wie an jene an so wie klag 13 morgens jesus ab der wute entgegen gong ich habe schon gelesen die 25 ist mir klar dass jesus wird du wot ich kann nicht begrüßen und wie vielleicht auch schwach sind weil die 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 stürme kommen die 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 jesus kann lehren so lange es lebe glatt und nicht viel stück nicht sehr stück nicht viel tröbel kommen liebe Gott wenn ich wirklich kann das hoi will haben und wot reken du auch für drei mal dass man doesn't talk sind dass jesus war immer du du zann in an de störms und he war immer rai zann dem ans halbe das immer du und he war immer rai zann dem ans halbe aber du denk es wenn ich in den storm komme und das wird werden passiert wenn ich in den storm komme wir sind in des tags dann sind wir so besorgt um uns selbst halbe und wir sind so besorgt und wir werden alle aus fahren und wir werden alle aus fahren weil Jesus noch abwiesen der was er war und Jesus hat den weich wiesen und das halbe will wie kann er nicht machen das ist gleich was passiert in diesen tags die jesus weiss ab mehr was da schreie hier an sie sind gespannt sie kann dem go er weiß ab mit mehr den storm wollen halten da ist was die jesus hat nicht wenn sie hat er vertrie von gott genommen und sie wird besorgt an dem storm in der ritte komme und steht besorgt in was jesus wird ihm hat und ein storm vergeht wie von uns vertrie auf jesus hatte und man jesus ab wies chan mit ihm vai dann man der storm ist er sagt god has not so what he kommen und he betrei zah hat du ja my du bless your heart to be hey have you mad man have you do old he 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 to he and like god him to me and do then think the storm play field storm yeah also it hot brock there Jesaja 3, Vers 1 und 2. Jesaja 3, Vers 1 und 2. Jesaja 3, Vers 1. 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 wo du so ein 100% von uns mit einem Niederfall, wo du so ein christlicher Nummer stattelst, wo lebt und schlug und nachverpeilt. Und das kann dir nicht die Nachschlug. Und weißt du, was Leubertorien und Schwester hören? Die kannst du auch nicht voll aus einer Variable Person. Wenn du nicht deine Frieden, Frieden, Vertriebe auf Gott hältst, dann fangen wir an eine andere Dinge zu gehen. Die betämen uns, wenn du stolz bist, wir haben keine Frieden. Wir haben uns für den Frieden. Viele Menschen, wenn du schon gedacht hast, ich glaube, wenn du eine Nörfepäle und Schlugpele habt. Weil ich kein Haupt in der Schuhe. Was halt ist Jesus Christus. Was uns Trouble ist, dort im Sturm, sagt wie unser Jünger, ab Wahl und nicht ab Christus. Das ist genannt, kommt an, und eins genannt ist Stress, vorhin genannt ist Stress. Ich weiß nicht, was ich nicht schon berein, sie wurde heute für das. Das ist eine Nörfepäle. Ich habe gesagt, ich bitte nicht. Und ich will uns von dir auf dem Motto sprechen. Du reichen, du, nicht weil du kommen, dann ist es ihr Leben. Aber wir wurden von uns getroffen, auf Nörfepäle und Schlugpele. Ich habe keine Meinung. Der nächste Punkt, das Trost in der Mäde von Sturm. 27, nein, finde ich so falsch. Ich sage, ob er aus der Jünger am Sagen, ab dort wo da, gut und wird entschreckliche Angst in Säden. Dort ist ein Gespanns in Schreien, die Angst. Ob er dann, red Jesus mit einem Säden, ängstst du nicht, das ist ja. Ich kann nicht viel von Urkorn, wenn ich sage, ich habe nie ein Urkorn gewasst, und dann habe ich bloß, ich sage nicht, wie ich weiß, was ich habe, was ich kann gelesen. Wenn Urkorn nicht dreht, und da weit weiter, und der kann sehr viele Dinge tun, was ernsthaft verstanden ist, muss ich begripen können, was den Wind kann. Aber es wird genannt, das Urkorn, das Jüng von den Urkorn, das in der Mäde. Und in der Jüng, auch wenn ich vergräutet habe, aber das ist gräutet, vielleicht tun wir uns die Sturm in der Mäde ist. Wenn in der Mäde von den Urkorn ist das so schnell, aus dort Afens wurde. Du hast schön Wind, du hast nicht mal, wenn ein bisschen an einem Brieze, nicht mal ein bisschen Wind wird, als wir es muckstellen werden. Und Rommann, dort Ställe verpflichtet alle. Trost im Sturm, als man ecken du, ans Eug, ab Jesus hält. Dann sei wie in dort Ställe tot, wo du schön Wind hast, wo Rommann es verpflichtet alle, wenn er kann du in den Sturm nicht kommen. Und wenn wir ans Eug, ab Jesus Christus, als wahre, wilde Menschen, dann habe ich Friede, und Friede, holl in Tiet. Dort wird trosthafte Meinungen, in der Tamm von Griechischen, in der Haft, nicht der, in der Haft, der Gedei, weil dort, er hat es nicht der Ziel, oder Ziel, look, aber in Eilen schon merkt, dort Dikel, ja, in Eilen schon bräuchte wie das Wort Comfort. Und wenn wir dort immer sagte, dann würde ich das von Griechischen von den Numen haben, in Dietchen haben wir das Wort Trost. Aber Comfort meint, come forward. Das war das Eilen schon Wort erst hier. Und wenn wir können sagen, dort in Plot, die schon bräuchte, Trost meint, komm fair, weich mit Kraft. In Sturm, sagt die Bibel ans Ewa, Jesus ist ans Trost. Und wenn wir da gut, in andere wird bräuchte, wo das meine, die in den Griechischen kommen, sagen, Jesus sagt, in Sturm, komm fair, weich mit Kraft. Was heißt das? Und hier hat uns die Kraft mit Sturm, fair, weich geholt. So die Wale wird, die Jünger dachte, wird immer er in Komme wird, und er wird sinken, und er wird hängen, aber auf die Wale kommt Jesus auch. Die Wale wird, sie dachte, wenn er wird, und er wird euer Gude machen, und er lebe Teil machen, der wird all euer Jesus in der Feind. Und andere wird es euer Jesus in der Kontrolle. Und das, was ich kann, die Fögen für jeden, ist, der Sturm, der in meinem Leben entkommt, der wir gleich ans Sinken, und wir haben keine Weile reiten weiter, und wir werden rüttekommen, das ist all euer Jesus in der Feind. Die Jünger schafft den Leiden für ihr Leben, und Jesus ging tranquill, und sagte, ab die Wale. Und das Bild ist, die Lieder ist, dass alles ist, dass ihr Jesus in der Kontrolle. Der große Sturm, das ist, dass ihr Jesus in der Kontrolle. Ja, eine Sase versprochen, die sagt, das habe ich in alle Dürfene gesagt, dass ihr in mir Fried haben. In die Welt habt ihr Angst, aber ihr seht ihr Trost. Ich habe in diese Welt gewohnt. In ihr Sleuvertorium, ich kann die Fried und Fried haben in Christus, und dann, was er am uns passiert. Das ist, wenn ich in den Sturm, ans ab die Mäde von dem Sturm habe, und das Jesus ist, das würde alle Stäle lassen. Und alle in der Jesus in der Feind essen. So, dass ihr könnt auch sehen, was er in der Kopf essen, in der Jesus in der Feind. Jesus ist die Kopf über alles, und er hat alles in der Kontrolle, so, was der wird in du feind, das war der Menschen. Und wenn ich mich anfange, zu feind, die Angst, dann ist es vielleicht ich sie in den Sturm, wenn ich sie wieder in Gott sind wählen. Sie ich in Gott sind wählen, und ich fange mich unter Ängste, dann habe ich für jeden in den Sturm mich auf Gott zu vertrauen, oder mich Gott will never take you, or the love of God will never take you, where the grace of God can keep you. So, what I can do to begriff is, Gott sind ich not das was die in mir erat habe. Und wenn Gott sind die in mir erat habe, dort wird Gott sein wählen. So, in dieser Sturm war die in mir kommen le dass die Menschen es und ihr sehne genut und sehne wehle und sehne kraft. So, he wot die in mir nur nicht wo den end kommen wo he die in mich nicht kon der halb. So, die genut Gottes oder die leif Gottes wird die never wo den anbrennen wo die genut Gottes die nicht wird durchbrennen. Schaff nicht. Das schaff nicht dass Gott die wird anbrennen. Und dann wird das ach komm nicht ich wot mich nicht mit. Ich wot mich nicht mit. So, sie sagt ups heute nicht gedacht. Gott wird mehr oder dann. Seine leif lad uns an den an an kommen und sie nicht nur was du durchbringst. Praxis er seht die jünger die seht nicht mehr vor. Und wenn sie das gesagt hat das wird die reide. Und bei dem was wird dann die länge was Jesus gesagt hat was passiert hat Aber mehr da ist sie bloß vor den anderen seht. Und ein seht lebe yet was die frucht er verbringen was Gott will haben was er seht in his es will kommen der hands das letzte wo wir sein in diesem Tag ist die kost voll ab erwarte dass heute die halbe wird das soll wir in der 33 fahr hier und wenn es heute den wind sagt wie heute schnü war am Angst in Funk und unter zu gehen dann schreit er her rat mir Jesus strahlt schwind die hont uit en kreeg am te holen in zeta o mens du hast in klinen geluven worum twiebelst du en als ze am in boot en als ze in boot in entstehen word die wind stel dan sagt die die wird an boot werden die kreimen en beden Jesus an wo reken du mal leere as de van Jesus versprek haf dort seine leif wat me no ni hund an brengen was in die die do me nicht kon der bringe dem hab betreven en ag mag me hundert percent klormerk in min kap in dat leive dat Jesus wat me der halbe die die din min lewe der halbe barone eng wat hy as ne hush ne vondan als Jesus die rat hab wat du in hush v wat die die hede is wat der bese bruh wat alles wat j hush hush ne hat vondan koste die fall ab verloote en ab erwarte dat he die halbe wat en dat wat het jeng hij schake in ron sien meer dat we op galilees meer hij se vondan ron sien maud balans cem dun storm de furde du glick nan en jesus cem in halb de en de furde n ron sien so de frou stet dan wubé en jeng de jeng an hu jan jesus ho jes sien en jesus schakem halb he laat ons niet alleen we kunnen say he laat ons niet alle einzel hete wo he ons der vier wel but he laat ons een mal den general plan over kose he over all en plan wat hij van ons ha maar hij laat ons niet alle einzel hete weet wans wanneer wud we wud we wud 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 so veel kling glas zijn dat we had niet wud online dat hij dan wat got ons wel so wud 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 hij kon openboren en wud 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 lo wud 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 brengen en dan ons der halte en wud 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 Wenn Gott alles begann, was wir alles begannen wollen, wirst du an die Saison? Wenn Gott dich ja sagt, okay, hier ist, nehmen wir an, wo das alles was da ist, wirst du einmal gedacht haben? Oder wirst du sagen, Gott, das mein Dorn, wenn wir die Saison nehmen wollen, wirst du an die Saison nehmen, wenn Gott hat er alles gesagt, was er durchgingen, und er befriedet ihr christliche Leben. Und befriedet das Leben, viele Menschen würden alle auf das durchdenken, und alle beten, und er befriedet das Leben, um zu befreien, wenn sie wissen, was alle mit ankommen. Aber wir können weiter, wir können Gott ihm vertrauen, dass Gott es von Gott eingestellt hat, und es können sehen sein, dass er befriedet ist, wenn wir das so tun, dass Gott es hat eingestellt. Wir brauchen nicht zu versprechen, wir brauchen zu versprechen, wir brauchen zu versprechen, wir brauchen zu versprechen, wir brauchen zu versprechen. So, der Herr Jesus als Valence, der Falle, vor Ort, will ich kein Absicht nehmen, von der Person, was er gebt hat von ihm. Er ist Valence, du und mir, zu helfen, warum er? Er hat das versprechen, und er wurde dann. Zum Schluss war ich in die Geschichte, von einem gewissen Morgen, er konnte den Fährnummern messen gut sprechen, der kennt von, so lange dauert, aber von, Scotland, oder Eskosien, oder was er genannt hat, sind hier, wie Spafford. Er lebt von 1828, von 1828, er ist wie ein Christ, er ist auf Cote in Chicago, er wohnt in der Stadt in Chicago, er hat ein Junge und feiert mich alles. Zum ersten Punkt von seinem Leben, er hat ein Gäude Annum, er hat ein Gäude Lebe, wir alle sehr glatt. Er lebt jeder das, es war ein Variable Persönes, keine Trubbels haben. Dann, in Stütz, auf der Oktober 1878, er hat sein Junge durch einen großartigen Accident. Dann er hat ein Vierter in Chicago, in der Stadt, wo er wohnt, und er verlor mehr als all seine Menschen, wo er immer schaufe, denn er ist auf Cote, ja. So sind Jungwir, war ich, seine Annum, wir teilen, und durch all das, sehr hätte seine Frühen, seine Feier gedacht, dass wir ein bisschen eine Vakation nehmen, ein bisschen aufnehmen, wo er noch erhämmert, wo er in Thysland und wo er schnell zu sein und für jeden, von wo soll er der Gäude werden. Aber wenn wir heute nicht mitfahren können, hier muss noch was, erst vor ich merke, schreibt er seine Frühen, mit Feierdachter, am Schöp, lausende Engelhaut. Ein paar Jahre Leute, vielleicht eine Wegläute, ihr weiß, wir schauen mal, zu deutlich, wie nicht so, was passiert, dann fangen wir da, und dann verteilen wir, die Krägerhäuser, und dann auch, wie ich glaube, was geworden ist, und so geht die Geschichte auch von der ersten Tag, dann wird er bloß, die Wegläute gebraucht. Du kommst mit zwei Wegläute, und dann wird er, allein gerät von seiner Frühe. Was er meint, ist, dass Schöp, wie wir eingegangen, bloß seine Frühe, hat das Leben nicht gemerkt von seiner Familie. Sie hat sein Jung verloren, sein Habengut verloren, und feier von seinen Dach, da sind die ganze Familie bei seiner Frühe. Dann mögt das Mann Spafford sich gerät, und er ging auch am Schatten ab, zum Engelang, vor der seine Frühe anerholt, was er sagt, und trüet er, woran alle geworden wären. Dann seht er auf dem Meer, in Engwach, dann seht er den Kapitan, laut mich weiter, wo er das ist, wo der Schöp, wo meine Frühe und meine Dachter wo wären. Als er bei Du wäre, dann seht der Kapitan, hier ist er. Dann nimmt das Mann, wie der Sprüche, dann lire Mann, das ist ein Volkern, ja. wie das Mann lache, dann schreifen. Das ist ein Volk mit dem Herrn. Lässt, als wir mit dem Herrn. Das ist was das Mann schreift. Das ist das nicht, Wenn wir schreifen, wir sagen, wir sagen, dass wir es noch über die Leute singen, die wir nicht in den Hochharten Das ist von Johannes, das kleine Mann, Und wenn wir von morgen schreiben, wird ein großer Sturm gekriegt. Und dann schreibe ich, das Leid, was wir von der Schmerz nachher mal singen, und das große Trost bringt. Wenn wir denken über Musik, und hier wollen wir zum Schluss kommen, und danach haben wir so viele Chor, so viele Leid, die bloß Menschen die Feile abreden, aber nicht nur das Seil geht. Wenn wir drei Leute da und die Leid betrachten, dann werden wir an das Seil, die haben uns, die können Freude und Freude bringen, dort sind von Menschen, die ich schreibe, wo die Dinge da hingehen, in grünen Sturms, die wir da sind. Und Gott bräuchte dich, dem Dinge schreibe, wo die von der Schmerz nachher uns noch Trost geeft, aber überall ist die Bibel, Gottes Wut. Wenn wir uns heute näher zu mir beten, dann wird immer noch abkommen, wenn wir uns mit der Leid leeren. Uns grünen Gott im Himmel, die Frucht von Hellen ist, das Friede. Dort wird in die Wut das Neue schreibe, und dort ist eine Belastung, und so wie der Kerl muss da uns, das war ein paar Menschen, halbe, dort jeder da, in Praxis zu sein, in uns zu denken, dort in den, wo wir durchgehen, aus der Störung noch ein Tag anhält, pro Stunde, pro Weg, pro Monat, Bro, wie wir uns jünger abdehauen. In Vertraue, dass du hast das all an ihr Kontrollen, aber es wird dir uns verholt, damit in der ich inwiese, dass wir die Worte auch nehmen, und die leue du für. Dankeschön, Herr, für dein Wut, dankeschön, Herr, für die Osten Mariens, in Jesus Christus, in den Namen, mit Danksagung. Amen. Wenn ihr irgendjens Fragen habt, über das Programm, dann schreibt uns auf unsere E-Mail, schreibt r2-09-gmail.com Ich wünsche euch und Ola eine gute Weg. Gottes Rekken Segen mit Ihnen.